Eliminiere gegnerische Spieler innerhalb von 10 Sekunden, nachdem du Gebäude zerstört hast. Also ihr müsst nicht Gebäude zerstören, es reicht völlig, wenn ihr zum Beispiel einen Stuhl, einen Tisch und so weiter zerstört. Oder wenn ihr in einem Fahrzeug seid, fahrt gegen einen Zaun, zerstört den Zaun. Sobald ihr dann den Zaun zerstört habt, könnt ihr den Gegner eliminieren. Insgesamt müsst ihr drei Gegner eliminieren, dann habt ihr die Aufgabe auch schon wieder erledigt.